Hallo, guten Tag, mein Name ist Nicolette Kern, ich bin hier die Wirtin von der Festhalle Inns Klöschl in dem Adventure Golf Park von Inns Klöschl und wir betreiben seit sechs Jahren die glutenfreie Küche. Warum? Weil mein Mann ist davon betroffen, sowohl seine Brüder und seine Neffen und wir kennen die Problematik der zuverlässigen glutenfreien Küche. Und daher bieten wir diese ein, absolut zuverlässig.